Was ist der beste Preis? Ist eine sehr ungewöhnliche Anfrage, die man immer öfter erlebt, auch bei Unternehmen, auch bei Agenturen und ähnliches, ohne dass man wirklich weiß, worum es geht. Aber es gibt verschiedene Situationen, wann die Frage auftaucht. Zum Beispiel kann es sein, dass man ein Fahrrad gefunden hat, ein Rennrad zum Beispiel im Keller, das man nicht mehr braucht, das aber noch in einem guten Zustand ist und man hat es bei den kleinen Zeigen um 100 Euro angeboten. Und dann bekommt man die Frage, was ist der beste Preis? In dem Fall ist es noch relativ einfach, weil man weiß, dass es sich um dieses Rennrad handelt und da kann man hergehen und sagen, ich ignoriere das. Was aber manchmal ein Problem ist, weil die Systeme speichern das und dann hat man eine nicht so gute Statistik, was die Reaktionszeiten betrifft. Das kommt auf das System an. Die Problematik bei der Frage ist, dass zum Beispiel auch Leute bei den kleinen Zeigen mitmachen, die wenig Erfahrung mit dem Internet haben und sich unter Druck gesetzt fühlen. Weil was ist der beste Preis? Kann bedeuten, der Preis ist zu hoch, aber das heißt noch lange nicht, dass der auch wirklich zu hoch ist, sondern für diese eine Person. Jetzt kann man zum Beispiel reagieren, indem man hergeht und sagt, ich habe den Preis für das Rennrad auf 100 Euro festgelegt und wenn Sie mehr zahlen wollen, finde ich das nett. Und bitte teilen Sie mir Ihre Angebot, machen wir so, Angebot mit. So, und damit ist das Thema erledigt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Antwort bekommen, ist eher gering. Jetzt kann es natürlich sein, dass die Preisanfrage anders ausschaut, nämlich nicht mit, ja, bevor da jetzt jemand sagt, das ist ja, weil der nicht so gut Deutsch kann, die ganze Variante gibt es auch. Was ist das beste Angebot? Ist vom Thema her genau das Gleiche. Also, ob da jetzt jemand gut Deutsch kann oder nicht, hat damit gar nicht viel zu tun, sondern die wissen genau, was sie meinen und was sie wollen, aber überlegen nicht, dass der Angeschriebene das vielleicht nicht weiß. In dem Fall ist es klar, weil es um das Rad geht, aber wir werden dann auch erleben, dass das ganz anders geht. Es kann natürlich auch sein, dass jemand sagt, Ihr Rennrad gefällt mir sehr gut und ich würde es gerne für meinen Sohn kaufen, aber der Preis von 100 Euro ist mir etwas zu hoch. Können Sie sich einen Preis von 80 Euro vorstellen? Und das ist schon einmal etwas Konkreteres. Und hier muss ich auch nicht auf die 80 Euro runtergehen, sondern ich kann das situationsbezogen machen. Das heißt, wenn ich jetzt das Rennrad zum Beispiel bei Ebay anbiete und 20 Leute haben schon sehr konkretes Interesse angemeldet, dann werde ich kaum von den 100 Euro runtergehen, weil die Nachfrage ist entsprechend groß. Wenn jetzt diese eine Person die einzige ist, die sich für mein Rennrad interessiert oder die Auktion läuft schon zwei Wochen und in zwei Tagen läuft sie aus und ich möchte das Rad unbedingt verkaufen, dann werde ich darüber nachdenken, ob das nicht möglich wäre. Ich könnte ja zum Beispiel reagieren und sagen, vielen Dank für das Angebot, aber 80 Euro ist mir dann doch etwas zu wenig. Wir könnten uns aber in der Mitte treffen und 90 Euro vereinbaren. Zum Beispiel, das heißt, man kann sehr wohl dann entgegenkommen, das hängt dann von der Situation ab. Und ich habe vorhin gesagt, es ist erstaunlich, wo überall diese kurz angebundene, was ist der beste Preis Frage auftaucht. Ich habe das auch schon gehört, dass Hotelbesitzer so eine Frage bekommen und keine Ahnung haben, was für eine Art von Zimmer überhaupt gemeint ist. Und wir selbst haben auch mit unseren Webseiten, wir haben mehrere Internetportale, die wir betreiben und da kann Werbung geschaltet werden. Und da kommt auch manchmal eine ausführlichere Anfrage, was denn die Werbung kosten könnte. Und wenn wir das dann kundtun, kommt zurück nur, was ist der beste Preis. Und dann schreiben wir dasselbe, was wir vorher schon als Beispiel gehabt haben, dass wir unseren Preis bekannt gegeben haben. Und wenn sie mehr zahlen wollen, sollen sie uns ihre Vorstellungen bekannt geben. Komischerweise gibt es dann kaum eine Reaktion. Das heißt, viele fragen in den Foren, naja, wie reagiere ich, wenn ich so eine Frage kriege? Ich habe jetzt das erste Mal etwas hochgeladen und ich kenne mich dann noch nicht so aus. Und dann erklären viele, die erfahrener sind, die wollen verhandeln. Und dann bleib bei deinem Preis, wenn du überzeugt davon bist, dass der okay ist. Und ja, das ist eine Geschichte, die tatsächlich viele verunsichert, weil man ja auch nicht vergessen darf, dass man doch eher nicht gewohnt ist, etwas zu verkaufen. Und diese Portale sind eine schöne Lösung, alte Sachen loszuwerden, die aber andere vielleicht sehr gut brauchen können. Aber man muss sich da nicht über den Tisch ziehen lassen und es kommt auch immer darauf an, wie die Leute kommunizieren. Und einfach nur so eine Frage hinschmeißen, deswegen werde ich jetzt nicht meine Spielregeln ändern. Jetzt gibt es eine andere Geschichte im Schriftverkehr bei Online-Anfragen. Und zwar geht es da um Rabattanfragen. Es kann zum Beispiel sein, dass man mit einer Werbeagentur schon mehrfach zu tun hatte und die Werbeagentur meldet sich mit Lieber Partner, wir arbeiten schon länger sehr gut zusammen und unsere Agentur feiert in zwei Monaten das 10-jährige Jubiläum und bestehen. Wir wollen deshalb unseren Werbekunden ein günstiges Paket anbieten. Deshalb fragen wir Sie, ob Sie bereit sind, Buchungen mit 50% Rabatt anzubieten. Dadurch könnten wir günstiger anbieten und es werden wohl mehr Buchungen möglich sein. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung. So, auch das ist eine Preisanfrage, aber nicht eine Preisanfrage auf einen konkreten Preis generell, sondern man hat schon zusammengearbeitet, aber man hätte gerne einen kleineren Preis, weil man wegen dem Jubiläum mehr Buchungen erreichen möchte. Und solche Situationen gibt es im Internet unglaublich viele. Da gibt es Dienstleister, die dann um die Hälfte arbeiten oder es gibt auch welche, die sagen, 50% ist schon extrem. Ich meine, das Beispiel habe ich jetzt aus der Hüfte genommen. Das muss man jetzt nicht so bare Münze nehmen. Nur die Frage ist, und die Frage stellen sich viele, zum Beispiel Einzelunternehmer, die doch die Chance sehen, dass sie mehr Werbebuchungen bekommen. Und das ist doch äußerst vorteilhaft. Und auch Webseitenbetreiber, die zum Beispiel ein kleines Team haben, bekommen häufig solche Fragen, ganz besonders dann, wenn man gesehen hat, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert. Und dann möchte man schauen, ob man nicht den Preis drücken kann. Weil um das geht es nämlich sehr oft. Und schauen wir uns das Ganze einmal konkreter an. Ich habe hier einen Normalpreis. Und die Preise brauchen wir jetzt nicht großartig hinterfragen. Es ist ein ganz simples Beispiel. Nehmen wir an, um 200 Euro wurde eine Werbebuchung immer zugelassen. Nehmen wir an, die Arbeitszeit ist eine halbe Stunde. Und ich habe da einfach 50 genommen, dann habe ich in Wirklichkeit 150 Euro eingenommen für eine Buchung. Wenn ich jetzt einen Rabatt von 50 Prozent eingehen würde, dann habe ich 100 Euro. Die Arbeitszeit kostet mich das Gleiche. Das heißt, 50 Euro bleiben übrig. Wenn ich jetzt fünf Buchungen mit dem Normalpreis habe, habe ich 750 Ertrag und zweieinhalb Stunden Arbeit. Wenn ich 50 Prozent Rabatt eingehe und wir davon ausgehen, dass tatsächlich mehr Buchungen kommen, nehmen wir an, zehn Buchungen, dann habe ich nur 500 Euro Ertrag und habe aber die doppelte Arbeitszeit. Das heißt, das hat mir eigentlich nicht wirklich viel gebracht. Wobei 50 Prozent Rabatt jetzt ein Extrembeispiel ist. Aber nehmen wir an, der Normalpreis ist gleich und wir machen 20 Prozent Rabatt. Das ist durchaus realistisch. Dann fällt der Preis auf 160. Die Arbeitszeit ist gleich und ich habe einen Ertrag von 110 Euro pro Buchung. Wenn wir dann von zehn Buchungen ausgehen, habe ich einen Ertrag von 1.100 Euro. Aber ich habe eine Arbeitszeit von fünf Stunden. Das heißt, ich würde doch deutlich mehr einnehmen. Ich habe aber die doppelte Arbeitszeit. Der Haken dabei ist, wer sagt mir, dass es wirklich zehn Buchungen sein werden. Wenn es nämlich trotzdem nur fünf sind, dann zahle ich drauf. Das heißt, diese Rabattanfragen ganz besonders im Online-Marketing, die jetzt sehr häufig geworden sind, nämlich nicht nur wegen einem Anlassfall. Das kann man durchaus glauben, dass die Agentur ein Jubiläum feiert. Und das versteht man auch. Nur wenn die günstiger anbietet, dann werden die Werbekunden wieder zu der Agentur kommen und nicht zu denjenigen, wo die Werbung dann geschaltet wird. Meistens auf einer Webseite, vielleicht auf der Startseite, vielleicht eine eigene Unterseite, was auch immer. Darum geht es hier gar nicht, sondern wie soll ich reagieren, wenn ich so eine Preisanfrage, wenn ich so eine Rabattanfrage bekomme. Und wir reagieren so, indem wir das immer ablehnen, weil wer sagt mir, dass wir wirklich mehr Buchungen haben. Und wenn wir mehr Buchungen haben, haben wir auch deutlich mehr Arbeitszeit. Das heißt, in dem konkreten Fall kann es zwar sein, dass wir um 350 Euro mehr einnehmen, aber ich habe auch die doppelte Arbeitszeit damit, weil ich muss mich um die Bilder kümmern, ich muss den Text überprüfen, ich muss das Ganze vielleicht in einer Navigation festhalten, etc., etc. Also das ist nicht unrealistisch. Ich habe jetzt irgendwelche Zahlen genommen. Es geht rein um ein Beispiel. Und da muss man sich dann schon überlegen, ob sich das rechnet, weil natürlich, wenn da jetzt 15 Buchungen reinkommen würden, dann wäre das klasse. Nur das hängt halt auch davon ab, wie realistisch das ist, weil es gibt keine Garantie, dass überhaupt mehr Buchungen kommen. Und von daher, ja, ist das eine Geschichte, wo wir auf den Rabatt nicht eingehen. Und gerade so eine Vergleichsberechnung zeigt auch, dass das meistens nicht so wirklich von Erfolg gegründet ist. Das muss man aber von Situation zu Situation abhängig machen. Aber das sind auch sehr häufig im Internet vorkommende Fragen, wo es natürlich um den Preis geht und wo man sich überlegen muss, ob man darauf einsteigt oder nicht. Es macht zum Beispiel wenig Sinn, wenn wir jetzt einen Preis bekannt gegeben haben für eine Werbeagentur, die wir das erste Mal erleben. und die sagt dann nicht unbedingt, was ist der beste Preis, sondern die sagt, beispielsweise wir haben jetzt die 200 Euro und geht dann, wenn sie den Preis auf 80 Euro pro Buchung reduzieren würden, hätten wir viel mehr Buchungen für sie in Aussicht. und dann sitzt du da und überlegst. Und wenn ich mir das so genauer anschaue, gehen wir nochmal runter und ich gehe da auf 80, minus 50, bleiben mir 30 über. Danke, kein Interesse. Nochmals, das sind nur ganz simple Beispiele. Die Zahlen werden von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Es kommt auch darauf an, was das jetzt für eine Geschichte ist. Es gibt auch zum Beispiel Agenturen, die anbieten, dass sie für Unternehmen Texte schreiben. Also die sogenannten Ghostwriter, wo man nicht weiß, wer eigentlich den Text wirklich geschrieben hat. Und ein Unternehmer sagt, ich bin den ganzen Tag bei den Kunden, ich kann mich nicht darum auch noch kümmern. Und auch dann braucht man natürlich eine Preisanfrage. Aber auch da braucht man sich nicht groß drücken lassen, sondern ja, das ist eine Geschichte, die muss man sich genauer überlegen, ob es sich rechnet oder nicht. Ja, und das sollte es eigentlich gewesen sein, im Zusammenhang mit den Preisanfragen und den Rabattanfragen. Ich hoffe, da waren ein paar interessante Überlegungen dabei. Und in der Praxis zeigt sich, dass diese Anfragen immer häufiger werden. Und auch wir haben lange überlegt, wie wir da reagieren. Aber ja, bei den Rabatten machen wir nicht mit. Ja, und bei den Preisen, wenn jemand nicht einmal Hallo sagt, gibt es sehr viele Anfragen, die wir gleich einmal löschen, weil uns interessiert das nicht, wenn einen Grundrespekt im Schriftverkehr sollte man immer erwarten können. Und ansonsten kann man sicher gerne durchlesen, was vorgeschlagen wird, weil da sind manchmal auch sehr gute Sachen dabei. Ja, ich hoffe, dass da ein paar Tipps dabei waren und ein paar Überlegungen auch. und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.